so da sind wir wieder du hast ein geschenk genau weil wir haben nämlich uns jetzt hier für diese aufnahme des christmas event hergecheatet was nur zwischen dem 10 und 31 dezember stattfindet in terraria und wir haben einfach die systemzeit geändert in diesen zeitraum rein ich glaube heute ist bei mir weihnachten heiligabend ist bei mir glaube ich heute ach andy wollte ich auch ganz bohren und wir haben geschenke schon ein bisschen eingesammelt aber noch piraten und dann haben wir hier jetzt eine frost legion gespawnt die kommt jetzt gleich hierher bis jetzt dauert noch ein paar minütchen leute der mir raten können wir dann danach direkt machen was hast du da ist es ein box ding ich nehme alles mit was ich finde weißt du doch ja das brauchen wir für wir wollen es dann alle so in so eine geile fernkampfwaffe übrigens soll ich euch mal zeigen wie ich aussehe habe ich eigentlich noch einen trank guck mal wie ich aussehe boah ich brauche heiltanke du hast coole sachen aber ich bin unser zauberer haben wir noch irgendwo tränke ich kann dir gleich welche geben ich habe gar keine aber du schadest was andy wie kriegst du denn auf die fresse ich krieg auch auf die fresse weil ich gerade alleine gegen gegner gekämpft habe ich habe ein geschenk zu kommen wo bist du kommen schatz hier ja kommt du bist dieser süß aus sie kommen sie kommen sie kommen sie kommen sie kommen sie kommen wir treffen uns auf der obersten eber am besten und andy deine wolke können ja gar nichts ja die können auch nichts meine wolke ich muss den stadt erstmal suchen ich habe die auch schon alleine gemacht mal ja toby aufpassen kannst du auch von hier oben kämpfen quasi ja ich auch und dem geschenk könnte eben diese stimmung auf die können ja mal nix in dir das ist doch Wahnsinn so ein paar Schneemänner mit Maschinen gewähren ist super ich auch voll reich oh da hat sich ganz viel Tobi du stirbst was gell heiltanke einsam wach nur das Traum können wir bitte ein bisschen schneller singen wenn ihr das singen wollt kann der jacke überhaupt nicht singen wenn wir singen wollen ja ich äh vor allem nicht so langsam oh was geht bei den hier so die hinten ist ja voll die party ja die sind außerhalb der arena eigentlich dürfen wir die gar nicht du bist so ein Nubi Nubi ich habe das jetzt mal liegen lassen gell aber ich habe auch schon ziemlich viel mitgenommen die Augen bei meinem Gesang muss ich das verstehen verstehe ich jetzt gar nicht aha zu viele Schneemänner halte mir den Rücken frei ich habe heute nämlich besucht von jemandem der vielleicht auch mal was mitmachen möchte was ja die soll halt mal mitspielen ey Andi du hast nur noch 4 Leben ja ich bin gut reicht was ich beschütz dich ich bin ganz gespannt ich beschütz dich Andi ich bin fast tot ho 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 alles gut und wir eskortieren den Andi dahin ich habe halt leider auch schon ein bisschen was mitgenommen Manna 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 Ah von hinten ah das ist der Tobi ja ja denn jedes mal ist es oh fuck sind das viele ich finde macht das viel ey wir könnten einfach auf der auf der mittleren Ebene kann man die am besten bekämpfen aber ok fuck boah wo ist es das weil ich dein Zeug eingesammelt habe als es noch tot war ich glaube ich bin auch so eine Karole du kannst dir jetzt zurückbringen ich geb dir das Geld dafür ich hab mir noch ziemlich viel Gold ja ich hatte auch mal bis gerade eben noch so 20 Gold aber die kann man sich noch kaufen ich sollte glaube ich zurück gehen ich bin fast tot ah Valorian jetzt erst recht ja dann kommen die hoch mittlere Ebene da kann man sich wunderbar beschützen da kann man das ganz hoch ne hier mittlere Ebene weil die meisten können ja gar nicht hoch springen du brauchst schon eine Fernkampfwaffe ja hab ich hab also hab ich doch warte mal ja was aber das war ihm wichtig und trink halt mal Haar und trink einen Trank tschuu tschuu ja geht nicht ich hab ja eben schon getrunken Scherzi jetzt gehts wieder ja also ja alles alles logf logik ja also hast du schon eine Rüstungsteile? eigentlich bin ich ja maximal unterfordert ja das kann sein dass ich noch mal hinlaufen ja das kann sein dass ich noch mal hinlaufen äh Flo ich hab Rüstung mitgenommen tschuuu ich hab auch noch was mit Andi eingesammelt ja aber ich will jetzt hier noch kämpfen ja dann Andi ich erst kapier dich komm HOLTER ich hab keine Feine mehr Andi Deckung ja da kommen ganz viele von oben ja kein Problem machen wir von wegen die können nichts gell hast du die allein geschafft? ja die kommen ja 50 es kommen ja pro spiel kommen 50 mehr also das erklärt einiges und ich war halt nur hier oben und hab halt mit meiner Wolke das Merlinger gemacht weißt du? nicht so wie du hier im Nahkampf so wie bei ähm Dragon Ball AHHHHH Dragon Ball oder wie bei meinem neuen Let's Play Enslaved mein Problem ist sie kann da nicht hoch ich hab vorhin gelesen da gibt's ne Folge die heisst die Wolke ja richtig die zehnte Folge ja das fügt sich die nur nicht raus ist wahrscheinlich ja doch zu dem Zeitpunkt müsste sie raus sein was echt? ja 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 ich glaub oder sie kommt grade am gleichen Tag raus das wär natürlich weißt du wenn sie immer auf mich drauf sind das wäre jetzt in diesem Moment Zufall Ich warte mal an der Base auf euch. Da bin ich sicher. Jakob, du bist fast tot. Wo was? 76. Reicht doch, oder? Guck mal, wie sie immer mit ihren kleinen Hakelarmen uns anherwinken. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Oh, hier liegt ganz viel Zeug, ich nenne das mal mit. Kannst du schon, lieber Jakob. Die Armee könnten wir nachher gerade nochmal ein paar Möbel machen, glaube ich. Ja, die gibt uns halt nicht so viel. Ja, wenn ich mein Zeug davor kriege. Und vor allem, wenn halt keiner mehr stirbt. Oh, fuck, jetzt soll ich aufpassen. Wer macht denn sowas? War echt? Ja, wer ist schon so dumm. Andi, was hast du denn für eine Rüstung eigentlich? Fast komplette Titanrüstung. Achso, die ist gut. Ja, die ist sehr gut eigentlich. Das ist die beste, die wir haben können. Also gerade habe ich keinen. Ja, ich glaube, ich habe irgendwas eingesammelt. Könnte mit einer Kürbisrüstung rauskommen, wenn ihr wollt. Ja, bitte. Irgendwo ist auch noch eine Mote-Militzung drin. Ich habe mal bei euren Truhen übrigens ein bisschen aufgeräumt. Aber ich glaube noch nicht so sehr, dass es irgendwie Sinn macht. I killed it. Ja, genau, du. Ich habe einen Schneemann, der recht hat. Ich habe einen Schneemann, der recht hat. Ja, Flo, du bist der Beste. Ohne dich wären wir nichts. Ja, das merkt man auch bei LOL. Das merkt man auch bei LOL. Ähm, also Andi, dann komm mal her. Dann tut er ein Zeugs. Alles der Andi nachher. Ja, vor meiner Tür steht doch ein Schneemann. Ich habe keine Waffe. Ja, komm. Papa, richtet es. Du richtest es. Ich schmeiße einfach mal alles dahin, was nicht meins ist, okay? Andi, wie viel Scheiß hast du eigentlich dabei, Andi? Ich will mich eigentlich verarschen. Ich will eigentlich verarschen. Diesmal hat er viel Scheiß dabei. Und viel Scheiß eingesammelt. Zwischendrin noch. Boah, ich werfe dir alles hin, ey. Ein Regenhut. Warum nicht ein Regenhut? Ja, das ist jetzt bestimmt nicht von mir. Und alle haben das als Müllablageplatz genommen. Hab ich echt zum Teil. Ich habe Schneeblöcke. Blaunshemd hatte ich. Darf ich einen Schneemann bauen? Ja. Voll gut. Mach ich. Wo darf ich den hinstellen? Ihr seid so hässlich. Ich wollte das jetzt schon wieder. Mir fehlen noch 1000 Feinde. Ja, komm, jetzt wollte ich... Ach, Mann. Ah, Feile. Wer hat sich meine Stiefel gekleilt? Feile. Ich habe sechs. Feile? Wo Feile? Ich hatte 1800. Nee, 1100. Dafür hast du... Habe ich keine Feile mehr für dich? Ähm, Frage, wer hat meine Schuhe? Ähm, Florian? Gibst du mir meine Schuhe wieder? Aber sie sind doch so schön. Nein, wie mal das ist. Das ist jetzt der Preis dafür. Ich fahre mir bessere Schuhe und der behält die einfach. Ja, komm, mach mal Pillen. Soll ich mal Geschenke verteilen? Nein, ich will meine Schuhe wieder. Krieg ich mal alle auf. Weißt du, wie lange ich dafür durch den Dschungel noch gelaufen bin, Flo? Oh mein Gott. Ich habe gerade eben noch vier Kugeln bekommen bei 20 Geschenken. Soll ich nochmal so eine Frosty zuspornen? Der Flo snackt sich immer. Meine Sache, den Stab, die Schuhe. Warte, mein Zimmer kurz. Werf gerade klar. Meine Schuhe her. Gib mir meine... Kann ich noch ein paar Pfeile? Tobi, guck mal, ich habe einen Hut für dich hier. Den kannst du anziehen in deinen Social... Hallo, habt ihr noch immer ein paar Pfeile, ne? Der Tobi hat alle Pfeile eingesammelt, die ich hatte. Äh, was ist denn mein Social-Ding? Ich hatte 1200 Pfeile. Ah, die kommen, die kommen, die kommen! Ohhhh! Äh, neben Armor, Social. Äh, Tobi, du hast mein... Ich habe dir außerdem meine Schuss-Bolls gegeben. Kannst du die rauswerfen? Meine Silberkugeln. Ich beschütze dich dabei. Silberne Kugeln habe ich hier, ja. Ja, werf die mal hin, bitte. Habe ich die jetzt hingeworfen? Ja, danke. Hat noch jemand Schuhe? Was für den Schuhe? Äh, nee. Ich habe aber Mechanical Warming gerade bekommen. Voll gut. Boah, mir leckt es gut, hey. Echt? Ab und zu mal, aber es ist schon okay. Es ist schon nicht so schlecht. Ich bin noch im Rahmen. Ich muss nur ein bisschen rumwenden. Glaubst du, da unten hat einer in der Höhle? Nicht nur einer. Ach so, ja, ich bin leider... Ich habe mir überlegt, da runter zu gehen und alles auszubauen, aber... Sollte man vielleicht noch machen, gell? Dann wäre die Arena noch effizienter. Ich habe hier links und rechts neben der Arena habe ich alles zugebaut. Der Falloff spielt jetzt Terraria. Ja, gut zu wissen. Du gibst mir jetzt meine Schuhe wieder, du Arsch. Niemal. Du brauchst noch das Eclat of the Wind, dann ist deine S&D auch fertig. Ich habe das andere schon gekriegt. Ja, Flo, weißt du, wo es das gibt? In Dschungeltruhen, haha. Ach, übrigens, genau, haha. Ich habe im Dschungel auch noch irgendwie was gefarmt und dann hatte ich plötzlich drei solche Live Quizlets. Na gut. Also was? Drei solche, dass du nochmal fünf Leben bekommst. Ich habe die aber noch nicht benutzt. Fünf fünf Leben. Und Heiltränke hätte ich auch noch gerne. Ich habe sauer. Ja, komm, ich beschütze dich. Wer ist es? Hier. Ich habe dir welche hingeworfen. Hast du hier. Kann es hart drücken. Danke. Es ist von dir. Ah, der Tobi hat einen Sonnenhut. Das ist ein Regenhut. Nein, das ist ein Sonnenhut. Alles Definitionssache. Also ich glaube, die erste Folge ist die Arena-Folge, Leute. Ja, wir müssen jetzt hier ein Neugebote-Arena jetzt nutzen, ist ja klar. Eben, und danach können wir wegen mir noch den Wurm machen. Ist der wohl cool. Wer hat da einen Eisblock hingesetzt? Hey, cool, das ist die Wütze von Stan. Ich glaube, die stoppen manchmal was, wenn die sterben. Das glaube ich auch. Weil hier sind überall welche. Mach einfach die Arena kaputt mit ihren Eisplötten. Ja, Andi. So wie du machst weiter hier, ich muss das Mana regenerieren. Schuhe, Schuhe. Gibt mir noch 10 Sekunden, neue Schuhe. Andi, wir bleiben einfach hier stehen und machen über uns Wolken, oder? Bin wieder da. Komm, ich mach dich nicht. Wir bleiben hier mal stehen, Andi und ich. Wir chillen. Und so habe ich die auch gemacht. Und immer die, die rübergekamen, die habe ich halt von Hand kaputt gemacht. Und die mit Maschinengewehr halt auch von Hand. Die Wolken sind einfach geil. Ich finde die, ich finde die pornois. Hehehe. Guck mal, wie sie, wie sie einen immer beigen. Also hier, sie gerade hier kaputt machen. Ähm. Wieso habe ich einen Accessoire weniger bei mir drinne? Ja, mir fehlt eh. Ich habe eins, das ich noch nie hatte. Was hast du für eins? Ein Wecker. Fast Clock. Nee. Den habe ich dir zugeworfen, Freunde. Wer hat, wer hat mein Mantel? Ich habe den Mantel. Mein Star Whale. Äh, ich habe den nicht. Ich will es dich, wenn ich dir erst habe. Aber Jakob, das kriegst du auch raus, wer den hat. Also auch immer das ist. Ah, den habe ich. Oh, ich habe den. Den Star Cloak. Ups. Den habe ich, ey. Hat den wahrscheinlich für deinen, äh... Ach nee, jetzt weiß ich, ich hatte da Werwolf drinne. Ja, deswegen ist es leer. Ja, ja, ja. Mein Gott, manchen Urach sind ich meine eigene Flugzeit schon selber. Tobi, äh, Floh, das Mikro ist heute nicht das Beste. Ich weiß auch nicht. Nee, man versteht ihn fast gar nicht. Ich habe ihn jetzt so hochgestellt und jetzt klingt er ganz dumpf, aber... Nee, bei mir auch. Schon okay. Also normal. Nicht ganz dumm, ganz dumpf. Dumpf. Vielleicht war ich zu weit weg vom Mikro? Ah, jetzt ist er. Ja. Hey, was soll der Block da? Rätsel gelöst. Ja, jetzt versteht man dich auch. Das ist voll gut. Oh mein Gott. Ja, das war jetzt ein bisschen traurig. Ja, jetzt klingst du wieder süß wie eh und je. Ja, ist ja die erste Aufnahme, dann ist es schon okay. Ja, ja. Du meinst, wie... Echt die erste Aufnahme seit Jahren. Nee, hä, was? Gestern. Ja, aber gestern war voll kurz, so. Da ist doch nicht warm geworden, doch. Ja, da bin ich echt nicht warm geworden. Und du weißt ja, ich muss heiß sein. Also die Mini-Shark, die macht echt null Schaden, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, das liegt an den Kugeln, glaube ich. Ja, aber kann ich die Kugeln dann verbessern noch? Den brauchen wir da für Kugeln. Hä? Ja. Woher kriegt man die Kugeln? Ja, habe ich mir die gekauft. Nein. Und die kannst du auch verbessern. Später mit Chlorophyt und so einem Spaß. Und mit was kann ich die jetzt verbessern? Den musst du gucken, den Wiki. Ja, müsst ihr nachher nachlesen. Das ist das Gute beim Aufnehmen. Ich lese nur noch Sachen nach, wenn ich meine Schuhe wiederkriege und Pfeile. Ja, ich habe keine Ahnung, wer deine Schuhe hat. Also die Schuhe habe ich, aber die Pfeile habe ich nicht und die Schuhe... Die Pfeile hat der Tobi. Die habe ich vor allem dem Tobi gegeben. Der Flo ist so ein Assi. Das habe ich schon mal gesagt. Der Flo ist so ein Assi. Ich habe dir das neulich schon gesagt. Wenn jemand so häufig stirbt, der kriegt sein Zeug nicht mehr. Ich bin jetzt einmal gestorben, weil ich euch getankt habe. Nein, nein, das habe ich letztes Mal schon gesagt und da bist du schon hundertmal. Nein, du kriegst die Schuhe ja nachher wieder. Nein, ich will sie jetzt nicht mehr. Na gut, dann läuft es. Ich gehe jetzt wieder fünf Stunden zu selber fahren. Okay. Also so eine Scheiß-Trunde. Nein, ich will sie wieder. Du hast das schon verkackt. Ich brauche ein Geschenk aus. Ich habe auch schon Geschenk ausgefangen. Könnt ihr nicht mal hier ein bisschen feilen? Tobi, willst du nicht mal einen Heiltrank kriegen? Ich mache jetzt nichts mehr. Heiltrank? Was? Wieso ein Heiltrank? Weil du nicht mehr so viel Leben hattest. Ich höre nur Mimimi. Ja, du stirbst ja dann. Also ich gebe dir dein Zeug nicht. Ich beschütze dich, okay? Damit du nicht stirbst. Danke, Schatz. Der Tobi leckt ein bisschen rum. Ja, nee, bei mir nicht. Nein, im Tiefstück nicht, aber im Spiel. Bei mir leckt im Spiel alles rum. Wahrscheinlich sind ja hier gerade vier Leute gleichzeitig im Internet. Das liegt vielleicht daran. Lade ich was hoch? Nee, ich lade nichts hoch. Also es liegt nicht an mir, oder? An hochladen tue ich auch noch. Ach, stimmt. Yay. Aber es müsste fast fertig sein. Also dann jetzt die Piraten, oder? Warte mal, ich habe noch kurz, warte noch kurz. Ja, warte, ich gehe mal kurz in die Pirates und schaue mal, was ich noch für Zeug habe. Warum? Wie viel willst du denn? Weiß nicht, ich hatte mal 1100. Jetzt habe ich noch 50. Ja, 50. Also hier habe ich schon so die ganzen Weihnachtssachen hier. Warte mal, Andi. Ich habe auch noch Zeug von dir jetzt, glaube ich. So, was habe ich da noch? So, Leute, ich komme mit einem neuen Kostüm. Das sieht aus wie ein Schlagvollzug. Danke. So, du kannst es auch behalten. Zeug mal. Ja, warte, ich komme gleich. Welcher ist es bei Southpac, der mit der blauen Mütze ist? Ist das der Dracar? Das weiß bei euch keiner. Von euch keiner. Geht's auf der anderen Seite, aber danke. Ja, ich weiß. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen nachschauen. Ich glaube, dann war es das auch schon. Soll ich noch Pfeile mitbringen? Ich habe noch Pfeile bei mir in der Truhe. Nee, Tobi hat mir gedacht, wer ich gegeben habe. Dan. Brown. Ja, Stan ist das mit der blauen Mütze. Ähm, ja, sollen wir die Piratenarmee machen? Und sollen wir bald den Ding machen? Diesen Wurm? Ähm, ja. Wurm. Für die Piratenarmee wäre ich dabei. Warte mal kurz. Den Wurm brauchen wir halt Nacht. Jetzt erstmal Bullshit ablegen. Und zwar, ich möchte noch was verbinden. Ich kann nämlich noch, glaube ich, am TikTok-Workshop was verbinden. Was? Habt ihr was für uns? Boah, cool. Jakob, spiel mit. Jakob, komm her. Hat er einen Ball? Ja, nein, warte, ich möchte was kurz zum Tinkerer. Oh, ich komme auf. Aber ich habe ihn leider ein bisschen doof platziert. Oh, ich bin so dumm. Reinkomm da. Ich bin noch nicht da, Leute. Ja, du hättest ihn draußen hinsetzen müssen. Ja, das ist vielleicht klug gewesen. Aber ihr kennt mich. Wäre nicht ich, wenn ich das nicht machen würde. Oh, warte mal. Ah, ich habe ihn noch. Und zwar kann ich das da und das da zusammenbinden zum Star-Ware. Pine Tree Block. Ich wollte einen Schneemann bauen. Ich bin ein Tannenbaum. So, wo? Was soll ich sehen? Hä, wo? Oh mein Gott, Jakob, du siehst aus wie... Ja, wir machen das gleich in der Arena. ...wie Kenny. Siehst du aus wie ein Tannenbaum. Oh, ich bin ein Tannenbaum. Ich kann mir nicht helfen. Ich bin ein Tannenbaum. Kommt in die Arena, Kinders. Ich bin ein Tannenbaum. Ich bin ein Tannenbaum, schaut mal. Da haben wir das zentral gelagert. Ich hätte jetzt mal wüsst, wo ich sie hingelegt habe. Wo, hey, wo... Ah, du bist echt ein Tannenbaum. Was bist denn du für ein Tannenbaum? Voll gut, oder? Schon. Ah, ich wollte hier noch Fackeln hinsetzen. Hä, wie soll ich da keinen Schneeblock setzen? Hallo? Was geht denn da? Was geht denn da? Wer aber da ein Baum ist. Ah, ha, ha. Wie, wie, wie kann... Muss ich da einfach dagegen fliegen, oder was? Hat der Andi jetzt den Ball mitgebracht zu spielen. Boing. 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 Muss ich auch mitspielen. Boing, boing. Wieso will ich nicht so weit weghauen? Oh, er ist runtergefallen. Oh nein. Oh nein, was habe ich getan? Nicht aus der Arena. Oh nein, was tun wir? Ich bring ihn zurück, ich bring ihn zurück. Okay, ich kämpfe gegen die Piraten. Ja, die kommen mir noch nicht. Nein, in falsche Richtung. Es ist aber nach dem Wurm, mal probier. Ähm. Weiß ich nicht, können wir mal probieren eigentlich, oder? Sieht der Tannenbaum oder Zauberer süße aus? Ich finde den Tannenbaum auch nicht ganz süß. Na, Jakob, ich guck mal noch kurz, wie man sich die Munition verbessern kann. Ich fühle mich halt echt ein bisschen aufgebläht. Weil dann mache ich das immer noch schnell. Ja, klar. Betont nicht deine Figur, nee. Was ist denn das für ein Ding? Das ist ein Fixie. Der macht so viel Aua. Ja, zum Beispiel mit Cursed Flames kannst du die verbessern. Okay, hab ich. Mit Crystal Shards. Hab ich. Cursed Flames. Kommen sie, sind schon da? Ah, da. Nein. Aber sie kommen über unser Haus, oder? Ähm, wo muss ich sie verbessern? Ist es Osten, nicht rechts. Nicht einen Tag, aber Westen. Oh, die Piraten sind da. Ja, also ist Osten und Westen das selbe. Die machen dann schon mal 13 Schaden, also mehr. Ich habe die Arena extra in Spawn gebaut, dass sie immer dorthin laufen müssen. Ähm, der Helga, aber ich gehe sehr gut. Ja, super. Die halten ein bisschen viel aus, finde ich nicht gut. Hä? Ich weiß nicht, wo ich die verbessern kann, Andi. Bormythril-Anden. Ja, verstehe ich. Der die Normalkugel...